Ja, da sind wir auch mal wieder hier bei, äh, das ist ja auch schön, jetzt haben wir hier diese Linien, weil die Aufnahmetaste natürlich genau die Taste ist, mit der auch, äh, die Linien aktiviert wird, das ist ein bisschen doof, da müssen wir jetzt leider mit leben, dass die da sind, aber, ja, so schlimm sind die jetzt auch nicht, glaub ich. Ich bin mir da nicht sicher, vielleicht auch schon, aber egal, ja, letzte Woche gab's keine Folge, die hole ich dann irgendwie, die nehme ich jetzt noch im Anschluss, denke ich, auf und die kommt dann einfach morgen um 18 Uhr oder sowas raus, weil da ist ja Deadpool-Tag und Deadpool kommt sowieso immer ein bisschen später, kommt einfach um 18 Uhr noch das hier raus, äh, weil die Folge nicht rauskamen, weil Probleme mit dem PC und sowas und da konnte ich nicht aufnehmen letzte Woche und dann bin ich irgendwie die Woche über nicht dazu gekommen. aufzunehmen, ja, äh, ist einfach ein bisschen doof, deswegen, jetzt leider so und jetzt auch nur aufgenommen die Folge, weil, genau deswegen halt, weil ich kann ja schlecht zwei Livestreams da machen, äh, was ich mal eben machen wollte, bevor wir richtig anfangen, ich wollte mir etwas craften, nämlich, mache ich mir hier die Dinge und, komm, wie viel mache ich, ich mache gleich ein paar, äh, ja, ja, der Server hängt aus irgendeinem, ich weiß nicht, woran das liegt, dass der Server hängt, also, ich wüsste zumindest, ja, da hat man's gesehen, da hängt es schon wieder sehr, so, wir haben jetzt hier ein paar Mass und, äh, mit denen, gehe ich mal her und hole mir, äh, Pilze, dann, hopfen, hole ich mir, hab ich nämlich jetzt ein bisschen und Malz, Malz, muss man wissen, wird gecraftet, äh, indem man einfach Gerste brennt, also im Ofen und dann brauche ich ein paar Wassereimer, oder, ich weiß nicht, wenn ich mir die hier craften will, geht das einfach, oder ist das, ja, das scheint zu gehen, so war das, nein, so war das nicht, äh, wie war denn da, ja, so, und dann können wir hier ein leckeres Bier machen, ich weiß gar nicht, wie viel halten das, zweieinhalb Keulen, das hebe ich mir mal auf, das Bier, ähm, ja, ich hab hier auch noch generell die hier, äh, hab ich aber jetzt tatsächlich alle aufgebraucht, die zumindest auf Lager waren, gut, ich könnte mir wieder weitere machen, weil ich habe hier zum Beispiel 50 Eier drin, ich habe noch, wie ihr seht, 216 Erdbeeren und ich habe noch, ähm, Zucker habe ich sowieso Unmengen von, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, also wer den gemacht hat, auf jeden Fall haben wir jetzt hier so ein leckeres Bier, es gibt auch theoretisch noch andere Biersorten, äh, aber die kann man bisher nicht craften, es gibt hier nämlich zum Beispiel dunkles Bier, das kann man aber nicht machen, und Weiß, Weißbier kann man auch nicht machen, ist ein bisschen doof, aber das kommt dann irgendwie noch, ich muss mal ein Wort weitermachen, das Problem ist, ich müsste dafür erstmal wieder die ganze Umgebung für 1.7 Modding installieren, weil mir habe ich nämlich gar nicht drauf auf dem PC, und deswegen, äh, habe ich eigentlich dazu bisher nicht gekommen, das zu machen, weil das doch schon ein ziemlicher Aufwand ist, ähm, ja, was habe ich denn eigentlich so gemacht in letzter Zeit, äh, generell, ich muss auch mal den Mod für die 1.12, muss ich es in entwickeln, oder für die 1.13, ich weiß gar nicht, wann die rauskommt, vielleicht gehe ich dann einfach direkt zu 1.13 über, ich mache es ja jetzt für die 1.12, die Modding-Tutorials, aber, ja, ich weiß halt, wie lange die 1.12 noch aktuell ist, und dann die 1.13, das wird dann ja dieses Riesen-Update, was ja irgendwie, erst bei der 1.13 nur so ein Update, wo ein bisschen an den Commands rumgeschraubt wird, und dann würde dann in der 1.14 das Riesen-Update kommen, und da haben sie einfach gesagt, das ist ja eigentlich Quatsch, wenn wir das so machen, wir brengen jetzt einfach direkt das Riesen-Update, und, äh, da wird so ungefähr der gesamte Ozean umgearbeitet. Ja, was habe ich gemacht, ich habe hier, wie ihr seht, ich habe die Straße mal ein bisschen weitergeführt, äh, bis hier zumindest, also weiter geht es dem bisher nicht, und ich habe hier diesen Agrarsektor einfach mal extrem ausgebaut, ihr seht hier schon, hier sind jetzt Felder, die waren vorher nicht da, äh, oder zumindest in der Ausmaß, also hier drüben ist das, äh, Haferfeld, hier ist das Gerstefeld, hier ist Roggen, das ist aber schon länger so, da ist immer noch Tomaten, ich weiß nicht, was ich hier mit dem Bereich von dem Tomatenfeld mache, ob ich da auch Tomaten hinmache, oder was anderes, hier haben wir Erdbeeren, hier haben wir Hopfen angepflanzt, und, da ist momentan so ein Mischfeld, also, äh, das hier ist, äh, Paprika, und das da ist Peperoni, und da hinten haben wir Wasabi angepflanzt, was momentan eigentlich noch total sinnlos ist, weil, äh, ich weiß nicht, ist das hier reif? Offenbar, da haben wir hier so ein Wasabi-Risom, äh, ich packe mal eben ein bisschen Zeug weg, damit ich hier auch Wasabi-Einpflanzen, äh, einsammeln kann, so, ich war mir ja gar nicht so bewusst, dass die so viel Samen immer gegeben haben, die Wasabis, aber offenbar tun sie das, so, Wasabi haben wir hier schön, in großen Mengen, und, dann pflanze ich das auch mal wieder ein, so, wie viel Wasabi-Risoma haben wir jetzt, jetzt haben wir 20, was könnte ich eigentlich aus denen machen, aus denen kann ich eine Schüssel Wasabi machen, und mehr aber auch nicht, und mit der Schüssel Wasabi kann ich mir Sushi mit Wasabi machen, und das ist im Grunde alles, und dann wird die so ein bisschen angebraucht, also man kann eine Schüssel mehrmals verwenden für Wasabi, und Sushi ist das Problem, kann ich momentan nicht craften, wenn ich an diesen Reis nicht rankomme, da muss ich wirklich mal den Millionär-Reis auch für verfügbar machen, dann kann ich das nämlich craften, und generell muss ich dem mal ein Rezept, äh, muss ich dem mal anstandsbar machen, und dann haben wir hier Sushi, und das Sushi mit Wasabi halt einfach doppelt so viel wie Sushi, und gibt eine Haltbarkeitskeule mehr, sozusagen, ja, mehr kann ich aber mit Wasabi auch wirklich nicht tun, also das ist momentan ein ziemlich sinnloses Ding, oder generell ist es ein ziemlich sinnloses Ding, muss man einfach sagen, aber, ja, das hat mir ja noch nie geschah, oh, wir haben die ersten Paprika, wir haben fünf Paprika, alter, ich habe mir aber gar nicht so bewusst, dass man so viel herauskriegt, was kann ich damit machen, damit kann ich vor allem Schaschlik machen, wenn ich das möchte, da war irgendein Geklapper, ich weiß auch nicht, Paprika, äh, Paprika, sag ich schon, ähm, Schaschlik gibt es einiges, wie ihr hier seht, das kann man mit allem möglich machen, zum Beispiel Fisch kann man das auch machen, und so weiter und so fort, und das ist offenbar auch alles, was man mit Paprika tun kann, man kann es aber auch noch zum Paprikapulver machen, im Schäblis und man kann es in allen Variationen auf Pizza legen, wie ihr hier seht, äh, ja, das ist alles ziemlich genau das gleiche Rezept, weil ich bei den Pizzen natürlich sehr übertrieben habe, mit den Varianten, die es davon gibt, viele Varianten sind einfach gleich, weil ich da einfach noch keine Idee hatte, was die sein sollen, ich habe das einfach so eingerichtet, ich habe mir IDs sozusagen reserviert, wo ich dann später noch bestimmte Zutaten draufpacken kann, äh, die ich mir momentan noch gar nicht ausgedacht habe, das mag ein bisschen sinnlos erscheinen, aber wenn ihr wisst, wie das programmiert ist, dann macht das doch irgendwo Sinn, weil das ist, alles wird alles sehr viel berechnet, äh, wie, was für Zutaten auf der Pizza draufliegen gerade, und von daher ist das, äh, ja, das weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, äh, das ist ja super, ähm, was wollte ich denn eigentlich machen, ach so, ich habe noch gar nicht alles gezeigt, man, diese Folge besteht wahrscheinlich mehr aus Zeigen, als aus irgendwas anderem, und das ist toll mit diesen Linien, die da zum Glück nicht nerven, aber wie gesagt, ich kann da nicht viel machen, weil OBS Nummer, weil ich bei OBS Nummer, habe die gleiche Aufnahmetaste, aber wie geht die Taste die Linie aktiviert, und ich kann aus irgendeinem Grund, die Linien nicht umstellen, zumindest wüsste ich nicht, wo, wo ich das umstellen kann, dass die auf einer anderen Taste liegen, und ich will ungern meine OBS-Aufnahmetaste umlegen, weil das ist die Aufnahmetaste, die ich auch bei Fraps früher immer verwenden habe, und das ist einfach Gewohnheit, dass das die Aufnahmetaste ist, hauptsächlich weiß, bei Fraps die Standardaufnahme, aber Fraps nutze ich mit der Weise überhaupt nicht mehr, weil ich habe es ja auch gar nicht mehr installiert auf dem PC, weil es ist einfach irgendwo eine überholte Technologie, muss man sagen, OBS ist da einfach in jeder Hinsicht besser gemacht, also die Dateien sind wesentlich kleiner Fraps, ist ja berühmt dafür, dass es so riesen Dateigrößen einfach hat, OBS dagegen überhaupt nicht, und OBS ist kostenlos, und OBS ist, ja, es hat nur auf dem alten PC nicht wirklich gut funktioniert, weil der PC einfach zu schlecht war, aber mittlerweile mit dem PC hier geht das vollkommen in Ordnung. Ja, hier habe ich weitergebaut ganz viel, muss ich noch sagen, nämlich, hier hat diese Straße, und dann hat die früher aufgehört, und jetzt geht es hier weiter, jetzt haben wir hier einen S-Bahnhof, ja, der ist mitten auf der Straße gebaut, so ein kleiner Bahnsteig einfach, den habe ich hier so ein bisschen abseits vom Dorf, zu dem es gehört gebaut, weil sonst befürchte ich, kommen irgendwann die Dorfbewohner und bauen hier auf dem Bahnhof, das will ich nicht, auch wenn das Dorf, glaube ich, von DK kontrolliert wird, aber der war auch seit Ewigkeit nicht mehr online, generell, äh, mit DK habe ich mich auch schon seit Ewigkeit nicht mehr getroffen, weil ich ihn irgendwie nie erreiche, also, DK schreibt mal in die Kommentare, oder komm mal auf Discord online, oder, auf Skype, weil das Problem ist, wenn ich ihm auf Skype schreibe, er hat mir regelmäßig geschrieben, ja, ich habe die Nachricht nicht bekommen, weil Skype die aus irgendeinem Grund, wenn er offline ist, ihm nicht schickt, woran man merkt, dass Skype total, äh, blöd programmiert ist, und alles, auf Discord ist er irgendwie, nicht online, so wirklich, also zumindest, äh, nicht häufig, und irgendwie, in letzter Zeit, wenn ich ihn mein Telefon anrufe, heißt es immer, ja, ist keiner da, ich weiß nicht, ob seine Telefonnummer sich mittlerweile einfach geändert hat, weil das wusste ich zumindest nicht, äh, ja, hier, äh, diese Straße geht hier einfach quer durch den Dschungel, und da ist die, ist so eine Seitenstraße, wo es zur Pandi-Siedlung, da gehen wir gleich noch hin, geht, äh, hier geht es dann einfach so weiter, durch den Dschungel hindurch, und hier haben wir den nächsten Bahnhof, ähm, hier den Bahnhof, Kuljallab, warum der so heißt, ist, weil hier drüben, das Dorf so heißt, was hier ist, das ist, dahin gehört nämlich dieser Bahnhof, hier, könnt ihr es lesen, so heißt dieses Dorf, wer auch immer das so benannt hat, ja, gut, und dann gab es noch das Problem bei DK, äh, ich habe, in dieser Zeit, vier Klausuren gehabt, und sowas, das ist jetzt ein Glück vorbei, fürs Erste, bedeutet, äh, prinzipiell, könnte ich mich mit DK mal wieder treffen, und sowas, und dann kommt er vielleicht auch mal wieder in den Videos vor, ja, und hier ist der Dschungel dann vorbei, und hier geht eine Brücke weiter, und hier ist dann zumindest ein angefangener Bahnsteig, denn hier drüben haben wir den Sagenumwobenen, wenn er laden würde, würde ich es euch auch zeigen, da haben wir den Solarpark West, der überall schon angekündigt wurde, das ist nämlich die Endstation der S-Bahn, also die S-Bahn fährt hier ein, und, äh, und, äh, hier wendet sie dann quasi, also das hier ist mehr so als Deko, diese Prellböcke hier, im Prinzip ist das hier einfach eine Wendestelle, weil das Problem ist, die Züge können nun mal nur in eine Richtung fahren, weil, soweit ich weiß, kann man die nicht einfach wenden, dass, äh, also im Sinne von, sie fahren über eine Schiene und sind dann sofort umgedreht, das wäre lustig, wenn das ginge, aber ist so nicht, auf jeden Fall hier endet die S-Bahn und hier geht dann eine Regionalbahn weiter, die aber dann nur dampfbetrieben ist, weil, äh, ich will hier nicht überall Elektrogleise legen, weil das muss ja auch irgendwie alles mit Strom versorgt werden, und hier geht dann so eine Regionalbahn weiter, die dann irgendwo nach da fährt, wohin genau weiß ich nicht, äh, das ist auch nicht weiter wichtig, hier endet auch die Straßenbahn, also die Straßenbahn-Linien, äh, zwei, drei und vier, die enden hier, und dann ist hier drüben, so quasi zwischen den Straßen, hier ist extra sehr viel Platz, weil, hier kommt in der Mitte quasi eine Straße aus dem Tunnel raus, die braucht halt so viel Platz, und da ist hier einfach diese Grünfläche Platz in der Mitte, und hier ist dann so eine, äh, Werkstatt quasi, wo die Straßenbahnen, äh, bewerkelt werden, so, ich trinke mal ein Bier, waa, 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 ach so, das war nur eine kurze Betrunkenheit, ähm, wenn das mit dem Bier ist, man wird manchmal betrunken, also man hat dann kurz Übelkeit, manchmal aber auch nicht, das, äh, ist so ein bisschen zufällig, also, man wird wahrscheinlicher betrunken, als dass man nicht betrunken wird, aber es gibt auch durchaus Fälle, in denen man nicht betrunken wird, ja, ähm, hier haben wir jedenfalls, äh, diese Werkstatt, die hat noch kein Dach und alles, aber egal, und hier geht's dann, hier ist so eine Wendescheibe, weil ihr müsst wissen, wenn man da aus dem Tunnel kommt, äh, man kommt ja von hier, geht dann auf diese Straße, gut, man könnte prinzipiell hier lang, aber da es so eine sehr kleine Straße ist, hab ich mir gedacht, hier ist, äh, Abbiegen nach links verboten, man darf nur nach rechts abbiegen, und links abbieger müssen dann hier, äh, einmal rum, fahren dann hier über diese Wendestelle, fahren hier zurück und müssen nach da, und dieses Stück ist nur für Leute, die von da nach da wollen, und von da nach da, und, äh, man kommt dann hier wieder in den Tunnel rein, da geht's in die Stadt, und wo geht der Tunnel denn jetzt eigentlich hin, den haben wir ja noch gar nicht gesehen, ähm, der führt hier runter, da seht ihr hier auch schon, die Straßenbahn ist hier in der Mitte vom Tunnel einfach, und dann geht es hier um die Kurve, und hier so ein bisschen lang, und, ähm, hier seht ihr schon, hier ist mitten im Tunnel einfach eine Straßenbahnstation, also hier ist das Gleis, was in die Richtung führt, und das hier ist das Gleis, geht dann einmal kurz über die Straße rüber, und hält dann hier, auf der Seite, und da sind so Ausgänge, wie ihr seht, und wo führt das Ganze hin, das führt dann nach hier oben, und dann hat man hier so einen kurzen Ausgang, und hier hat man dann so, so einen kleinen Nationalpark, quasi im Dschungel, einfach angebunden an die Straßenbahn, das ist ganz nett, so, da geht's zur Innenstadt, wie es mir hier unweigerlich verraten wird, und dann geht es hier auch gleich weiter, ich bin schon eine Viertelstunde dran, und hab ein bisschen nur gezeigt, das ist, äh, wo gehe ich denn hin, da will ich doch gar nicht hin, ich will doch in die andere Richtung, ich gehe mal eben hier rüber, auf die richtige Straßenseite, das wird wahrscheinlich so eine reine Zeigefolge, das sehe ich jetzt schon, aber, da war kurz die Welt weg, das ist ja schön, dann geht es hier aus dem Tunnel raus, wir sind hier mitten im Dschungel, hier haben wir dann die Straßenbahnstation, Grünseeallee, und da geht die Straßenbahn dann hoch, die Straße führt dann hier ein bisschen weiter, einfach, wird hier auch deutlich schmaler, wie ihr seht, und dann ist hier, irgend so ein, hey, warum schlagt ihr mich, ihr, ihr, ja, das gefällt dem Spiel auch mal nicht, wenn man die schlägt, weil, ich weiß nicht, warum irgendwie in letzter Zeit, wenn ich NPCs töte, dann passiert sowas öfters noch, und jetzt hat das Spiel keine Rückmeldung, was ist das denn jetzt, Hallo, darf ich nochmal ins Spiel rein, Timed out, Mann, ich will hier nicht 10 Milliarden Jahre damit verbringen, dass ich mir nicht versuche einzulocken, Geht's jetzt? Offenbar nicht, ich glaube, ich starte mal eben das Spiel neu, und ich würde sagen, wir sehen uns dann sofort wieder, ja, da sind wir auch wieder zurück, und, irgendwie, die Typen haben mich hier gerade noch angegriffen, obwohl sie irgendwie gar nicht zu sehen waren, also irgendwie ist das ein bisschen komisch mit denen, ich weiß nicht, warum die angreifen oder sowas, aber egal, hier geht jedenfalls die Straßenbahn, über eine Brücke so, abseits der Straße, hier durch den Dschungel durch, und, hier drüben dann, gleich sollten wir ankommen, hier haben sie dann so, quasi, einen eigenen kleinen Bahnhof schon, äh, 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 hier ist nämlich, die Nachtmann-Kluft, äh, benannt nach, unserem tollen Kollegen, Nightman, der hier öfters mal, zuguckt, bei den Livestreams, das hier ist diese, weil ich musste irgendwie, die Station melden, weil ich wollte hier einfach mal hinten drin, mal eine Station haben, die ist eigentlich ziemlich sinnlos, aber, ja, was will man machen, hier geht jedenfalls die, Bahn dann weiter, geht dann hier über eine Brücke, und, dann, kommt sie hier drüben, ich weiß gar nicht, hatte ich das hier schon mal gezeigt, oder sowas, ich glaube nicht, hier haben wir jedenfalls die Pandit-Siedlung, und der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern, noch von vorhin, denn, wenn man hier die Straße lang geht, dann, kommt man, direkt, ähm, hier drüben hin, wieder, zu der Hauptstraße, die wir hier hatten, hier die Birkenallee, äh, die ausgeschöpter hatte, dass da die Pandit-Siedlung ist, ja, und da ist sie auch, was doch ganz, äh, gut ist, wenn sie auch da ist, wo sie hin, äh, verweisen, wurde, äh, ja, und dann geht es hier ein bisschen weiter, und ich glaube, ab hier kennt man es dann wieder, ich bin mir aber ehrlich gesagt, gar nicht sicher, weil hier hatten wir den, Silberforce, den hatte ich glaube ich in der letzten Aufnahme schon gezeigt, und dann geht es einfach hier weiter ins Industriegebiet, hier die Station ist auch noch gar nicht, äh, technisiert, der Industriepark West, dann geht es hier weiter, hier hatte ich die Straßen, hier haben wir die Ölstraße, weil, da ist Öl, und hier haben wir die Wiesen, die Wiesenstraße ist eigentlich ein total unpassender Name, momentanwelle, weil ursprünglich hieß sie mal so, weil hier, äh, Wiese ist, aber jetzt wo hier das Industriegebiet hinkommt, ist das natürlich irgendwo nicht mehr so ganz korrekt, hier haben wir auch diese Station, da haben wir gleich die nächste Station, beide vom Kraftwerk, weil aus irgendeinem Grund die Kraftwerkarbeiter sind so faul, die müssen dieses kleine Stück, der Bahn fahren, ja, ich weiß auch nicht, die wollen halt nicht immer zur Station laufen, wenn sie dann nach Hause wollen, ist ja auch verständlich, ähm, ja, ich glaube, dann, ansonsten, habe ich auch nichts groß weiter gebaut, ich weiß nicht, was macht man jetzt noch, jetzt habe ich hier eine Folge lang praktisch nur gezeigt, was ich gebaut habe, aber da hatten wir halt so eine Folge, die so mehr in der Netzshow ist, und da die nächste Folge dann ja quasi schon morgen kommt, kann man das eigentlich, denke ich mal so machen, dass man dann so eine Netzshow-Folge hat, mehr oder weniger, äh, die jetzt gar nicht zum Netzshow gehört, so in dem Sinne, also die neue Staffel vom Netzzeig herum, für Leute, die das nicht mitbekommen hatten, ich hatte ja beschlossen, das Netzzeig herum, da wollte ich eigentlich noch so eine Abschlussfolge machen, aber das wäre eigentlich ziemlich bescheuert, dass ich eine Abschlussfolge mache, die dann näher an der zweiten Staffel ist, als an der ersten Staffel, deswegen habe ich ja auch gesagt, ich, äh, sage jetzt einfach, die erste Staffel ist beendet, und dann kommt irgendwann demnächst mal eine zweite Staffel, die dann auf dem Zweitkanal ist, die eigentlich überhaupt nichts anderes macht, als die erste Staffel, aber, die wird dann nächst mal mit einer großen Überblicksfolge von Welt 1 oder sowas anfangen, damit ich ja mal ein bisschen, was verkündet habe, äh, ich kann mir nochmal ein Bier craften, so, ich müsste ja eigentlich jetzt, genau, das eine Mast-Hub ist wieder drin, das übrigens, wie ihr seht, ich hatte es hier auf Englisch gestellt, selbst da ist es mit scharfem S geschrieben, weil das muss so, nur der interne Name ist da mit Doppel-S, weil der interne Name kann keine, äh, Sonderzeichen drin haben, aber, gut, das, äh, geht halt nicht anders, da muss man mit leben, ist ja auch nicht weiter wild, ja, und dann haben wir hier einfach so, mit dem Bier in der Hand, eine schöne Zeigerunde gehabt, und ich würde sagen, ich nehme dann auch im Anschluss die nächste Folge bereits auf, wo ich dann auch tatsächlich mal was bauen werde, ähm, ja, hä, da hat es kurz gehangen, ähm, ja gut, damit würde ich sagen, war es das für das erste von dieser Folge, und wir sehen uns dann, morgen, oder sowas, ciao, Tschau.